Mein Name ist Thorsten Gens, ich bin Forschung und Entwicklungsleiter bei der Firma GeoOffice in Falkensee bei Berlin. Geodäsie und Geoinformation meets Virtual Reality. Wir bringen Geodaten und Geoprozesse in die virtuelle Realität. Das Arbeiten innen statt nur mit den Geodaten bringt völlig neue Möglichkeiten und Anwendungsfelder für Sie und für uns. Mit Anfang an für die Arbeit mit Punktwolken basierten Daten und virtuelle Realität konzipiert wurde. Unsere Vision ist eine völlig neuartige Wahrnehmung, Arbeit und Präsentation mit und in Geodaten. Für Sie, für uns, für jedermann. Sie sind interessiert, wie Geodäsie und VR zusammenwächst? Besuchen Sie GeoOffice oder Geobusters. Dort zeigen wir Ihnen, was in Zukunft möglich ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017